Guten Tag, mein Name ist Shuichi Gonda. Meine Position ist Torwart und ich habe eine Nummer 33 bekommen. Ich gebe sicher, ich gebe sicher ein Bestes zum Erfolgen SV Holen. Dankeschön. Die Reise war weit bis ins Waldviertel. Wir fragten nach den Beweggründen für die Wechsel der Neuen im Team. Zum SV Holen. Der SV Holen ist meiner Meinung nach ein Klub, wo jeder denkt, dass sie in die nächste Liga, in die zweite Liga aufsteigen wollen. Alle arbeiten zusammen, alle wollen besser werden und das ist ein gutes Umfeld. Das erste war auf jeden Fall, dass ich in Europa spielen wollte. Als Torhüter ist es aber ziemlich schwer in Europa Fuß zu fassen, besonders als japanischer Torhüter. Und in dieser Situation hat mir eben der SV Holen eine Offerte gegeben und die habe ich dann wahrgenommen. Ich habe viele gute Dinge über Horn gehört, der Klub wollte mich und das ist wichtig für mich. Ich mag Österreich. Es ist eine neue Möglichkeit und ich bin glücklich hier zu sein. Ich hoffe, ich kann der Mannschaft helfen. Ich mag Österreich. Es ist eine neue Möglichkeit für mich und ich bin glücklich hier zu sein und möchte der Mannschaft helfen. Hallo erstmals. Es hat ein bisschen Probleme gegeben in Ritzing wegen einem Vertrag, also es war eher ein Vertragsbruch. Ich habe dann den Anruf von Horn bekommen und das hat dann ganz gut reingepasst und die Infrastruktur und das Ziel, das passt sehr gut und darum bin ich da. Ich habe beim japanischen Nachwuchs gespielt und das ist jetzt mein erstes Jahr in einer professionellen Liga. Zu meinen Stärken gehört sicher das Dribbling. Da könnt ihr mir zuschauen, das kann ich machen, das ist ziemlich gut. Das sind sie also, die Neun im Bunde. Schon bald sehen wir sie in voller Aktion beim Frühjahrsauftakt am 4. März. Auf Wiedersehen.